Dies war mir jetzt so ein Anliegen, weil ich mich aufgeregt habe. Es fing damit an, dass die ostdeutschen Wähler, das ist ja ganz aktuell geschrieben, die ostdeutschen Wähler beschimpft wurden, weil sie angeblich falsch gewählt haben. Also so nach dem Motto, ihr habt keine Ausländer, ihr habt keine Flüchtlinge und regt euch jetzt auf, dass ihr keine wollt. Da kann ich schlicht und ergreifend sagen, jemand, der keinen Führerschein hat, kann auch über Tempolimit reden. Also das hat ja auch einen Sinn, dass einer in Weimar, ich bin jetzt in Weimar gewesen, mir gesagt hat, ich will nicht das, was in Berlin, Neukölln oder in Hamburg oder in Köln passiert. Ich will keine Messerstecherei und nichts. Ich will hier keine Vorurteile schüren. Aber ich möchte nur, und da bin ich stellvertretend für viele, die sich nicht äußern können, dass man darüber reden muss. Man muss doch klar darüber reden. Sie haben eben einen Beitrag gehabt, war sehr eindrucksvoll, an der Tankstelle, wo der Einbruch ist. Und da gibt es nur einen Polizisten und einen Polizeiwagen. Das geht aber weiter. Es gibt kaum mehr Ärzte auf dem Land. Die Krankenhäuser sterben und, und, und. Und die Leute fragen sich doch zu Recht, warum kommen Hunderttausende in unser Land, die eigentlich gar nicht kommen dürften? Die, die abgelehnt werden, werden aber nicht abgeschoben. Man kann 20 Identitäten haben und 20 Mal Hartz IV kassieren. Und die Kinder im Ausland kriegen auch noch deutsches Kindergeld. Das verstehen die Leute nicht mehr. Paradebeispiel, ich habe da drin ja eine ganze Liste von Politikern, die zum Beispiel unser Schulsystem reformieren, in dem sie sagen, überall Integration, überall Inklusion, überall Willkommensklassen. Ich finde nur keinen, kein Politikerkind in diesen Klassen. Die Politiker, die ich auch benenne, schicken ihre Kinder nach England, zu Privatschulen oder in ein katholisches Gymnasium, obwohl sie selbst nichts glauben. Das ist für mich Wasser predigen und Wein trinken. Ich meine, der MDR war der erste Sender, der mal geschrieben hat, da war ein Flüchtlingspaar, das ist mit dem Taxi für 800 Euro, werde ich nie vergessen den Beitrag, 800 Euro von Leipzig nach Dresden und überall hin zu den Ämtern. Das muss ich von meinen Steuern bezahlen, da habe ich mich schon drüber aufgeregt. Aber warum man nicht die Täter benennen kann, also bei der Messerstecherei steht dann immer A oder B. Also früher stand der Vorname, aber der lässt sich dann auch schon mit Mohammed oder sowas identifizieren. Mir geht es nur um eins. Man muss drüber reden. Was schleudern Sie denn oder sagen Sie den Menschen, wie zum Beispiel Frau Künast hat das, glaube ich, getan, die Ihnen sagen, pass auf, das, was Sie da machen, ist komplette AfD-Politik. Sie sind ja quasi das Sprachrohr der AfD mit dem, was Sie da von sich geben. Das ist ja das Allertollste. Also das habe ich ja zweimal erlebt mit der guten Frau Künast. Die sagt das ja nicht so freundlich wie Sie, sondern knallt einem das entgegen. Da habe ich gesagt, Frau Künast, könnte es nicht sein, dass mit diesem Flüchtlingsstrom auch Kriminelle kommen, auch Mörder, Terroristen und so weiter. Sie stellen ja Fragen wie die AfD. Und da kann ich sagen, wie hilflos ist unsere Politik bis in die Spitzen unserer Regierung hinein, dass sie diese Polemik nötig hat, statt zu sagen, wir haben was falsch gemacht. Ich verstehe auch nie, warum Frau Merkel nicht sagt, das mit der Grenzöffnung war falsch. Du kannst doch keine Grenze öffnen. Ich schildere das alles in dem Buch. Eine Polizistin, die hat geheult, weil sie von arabischen Jugendlichen angespuckt wird, weil sie eine uniformierte Frau ist. Darüber muss man doch reden. Ich sage doch einfach nur, was eigentlich der gesunde Menschenverstand einem sagen müsste. Und wenn das heutzutage AfD und Pegida ist, dann ist es mit unserem Land weit gekommen, das Land der Dichter und Denker. Dann kann ich nur heulen, dass Wahrheit mit AfD gleichgesetzt wird. Das finde ich ja lustig. Und die Querdenker, die ich ja auch in meinem Buch beschreibe, es geht ja gleich los. Zwei Politiker mit B, die ich am meisten schätze, Bosbach von der CDU und Buschkowski von der SPD, die sind in ihrem eigenen Laden nichts geworden und aus Resignation gegangen. Also ich habe mehr, leider, gut, dass Sie die Frage stellen, Resignation erlebt, als dass einer sagt, ich mache es jetzt anders. Man muss ja nur eins und eins zusammenzählen können. Man muss auch wissen, bei dem ganzen Flüchtlingsthema, welches Land ist sicher, wo kommen die eigentlich her? Es kann mir doch keiner erzählen, das wäre auch die gleiche Sendung. Wir machen in Tunesien Urlaub. Gleichzeitig weinen wir aber, ach Tunesien, und wir müssen jetzt alle aufnehmen, die kommen. Worüber haben Sie sich zuletzt so richtig aufgeregt? Darüber, dass bei den Tätern, die ich eben schon mal nannte, Messerstecherei und so, immer so getan wird, als kenne man die Nationalität nicht. Ich rege mich auf. Wen würden Sie gern mal persönlich Ihre Meinung sagen? Gegenwärtig der Kanzlerin, ja. Ja? Aber ja, aber ganz gehörig. Aber da könnten Sie kein Interview führen, mit der müssten Sie halt so ein Gespräch führen. Mit der muss ich da, würde ich knallhart, ich würde Sie zwingen, mein Buch zu lesen. Das reicht vielleicht. Wann haben Sie zuletzt eine Dummheit begangen? Och, schon auf dem Weg hierher. Wirklich? Ja, dass ich zwei Stück Torte gegessen habe. Und das ist ein bisschen zu viel. Wie entspannen Sie? Also, indem ich, ich kann gerne allein sein. Dann wird die Klingel abgestellt, das Telefon, Computer, alles völlig wurscht, kann ich einen ganzen Tag. Ja. Wunderbar. Ich vermisse nichts. Diese Ideologie, ständig erreichbar. Man ist ja nur wichtig, wenn man ans Telefon geht und so. Überhaupt nicht. Ich kann wunderbar in Spreewald fahren, aufs Rad und fahre einen ganzen Tag durch diese herrliche Landschaft. Und ich muss Ihnen eins sagen, das sage ich nicht nur, weil wir im MDR sitzen. Ich liebe die neuen Bundesländer, die ja in Wahrheit die alten sind. Hier wird noch klar gedacht. Und es ist eine so tolle Landschaft. Es gibt so tolle Gerichte, die ich im Westen, ich bin ja Wessi Hochwessi, aus Westfalen, Minden geboren. Eltern hatten eine Drogerie, ne? Ja, meine Eltern hatten eine Drogerie. Da habe ich eben erlebt, was das bedeutet, ein Geschäft selbst aufzubauen. Meine Mutter hat natürlich mitgearbeitet, ohne Quote, ohne alles, ohne Feministin sein zu müssen. Ich habe gemerkt, wie schwer das ist. Und deswegen verstehe ich auch die Menschen hier in den neuen Bundesländern, dass sie das, was sie erkämpft haben, 1989, an meinem Geburtstag, nicht aufgeben wollen. Und da kann ich nur sagen, Hut ab, lassen Sie sich ruhig als Dunkeldeutschland bezeichnen oder als Pack oder was auch immer. Es kann sein, dass sie auf der besseren Seite leben. Und da frage ich unseren Berufsstand, wieso es keine Kritik gab, als die Grenzen vor drei Jahren offengingen. Warum es keinerlei Kritik gab. Ein Hans-Joachim Friedrichs würde sich im Grabe umdrehen. Auch mit einer guten Sache darf man sich nicht gemein machen. Wir müssen doch kritisch bleiben. Aber ich schreibe dann zum Schluss, die Wähler der neuen Länder zu beschimpfen, das gehört sich nicht in einer Demokratie. Es gibt keinen besseren Schlusssatz für diese wundervolle halbe Stunde.